Hallo und herzlich willkommen bei uns im Autoladen. Ich bin Ben und ich habe heute einen VW Polo für euch als GTI. Richtig schickes Auto mit einer richtig geilen Ausstattung. Ganz selten, dass ihr sowas mal findet. Deswegen schaut euch das bitte mal an auf mobile.de. Unterm Video in der Infobox will mal den Link dorthin. Guckt euch die Ausstattung mal durch. Ist wirklich sehr umfangreich und richtig schickes Auto. Wie immer schauen wir uns das Auto an, insbesondere den Zustand des Fahrzeugs und gehen mal eine Runde rum. Wir fangen vorne an. Wir haben ein Auto aus 17. Wir haben erst 65.000 Kilometer gelaufen. Das heißt, klar, wir haben ein paar Steinschläge. Es ist kein Neuwagen, aber alles wie immer im Rahmen. Wir haben eine richtig schicke Optik mit einer richtig schönen Felge. Ich finde auch so ein roter Bremssattel, macht bei einem sportlichen Auto ordentlich was her. Im Innenraum haben wir das beliebte, klassische GTI-Muster. Das ist eigentlich das, was man handelt, wenn man GTI kauft. Wir haben das Automatikgetriebe DSGene, Klimaautomatik, Navi, alles dabei. Und jetzt beim Polo ganz selten dieses richtig, richtig geile, riesige Panoramadach. Das ist eine Sache, die jetzt vor allem im Sommer einfach richtig cool ist, wenn ihr da das Dach aufmachen könnt. Und das haben die Polos wirklich nicht so häufig. Das heißt, hier echt tolles Feature. Die Rückbank sieht auch noch gut aus. Ich dachte, das ist ja bei Stoff immer ein bisschen die Frage, aber ihr seht, hier ist noch nichts ausgelaufen, nichts schiefgegangen. Im Kofferraum angekommen. Habt ihr natürlich einen Kleinwagen, aber ich finde eine schöne Ladekanne gerade und ihr habt trotzdem Platz für Einkäufe. Das heißt, Alltagstauglichkeit natürlich trotzdem gegeben, auch bei so einem kleinen sportlichen Flitzer, der hier mit fast 200 PS da steht. Das heißt, hier geht auch richtig was vorwärts. Schönen Zustand halten wir uns auf der Beifahrerseite bei. Wir haben an dem Auto, wie gesagt, keine größeren Gebrauchsspuren. Alles im Rahmen des Alters und der Laufleistung. Wie gesagt, ein paar Steinschläge bleiben nicht aus, aber das ist, denke ich, normal. Und auch bei einem Auto, was schon 65.000 Kilometer dann hinter sich hat, eine ganz normale Sache. Trotzdem steht er perfekt da. Hat eine tolle Ausstellung. Deswegen denke ich, dass das Auto genau das Richtige für euch sein könnte. Wenn das der Fall ist, dann ruft er uns bitte an. Nur in der Woche von 9 bis 18. Am Samstag von 10 bis 14. Wir rechnen euch, wie gesagt, für so ein Auto auch immer gerne eine Finanzierung oder eine Gebrauchtwagengarantie mit dazu. Wir geben, also ihr könnt uns gerne neue altes Auto auch in Zahlung geben. Das nehmen wir sehr gerne. Und damit würde ich sagen, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.